Überall duftet es nach frisch gebackenem Bauernbrot und anderen Leckereien aus Bäcker- oder Konditorenhand. Vier Tage lang war die Veranstaltung Schauplatz des fachlichen Austauschs und Zentrum der Kommunikation. Die Südback gehört zu den begehrtesten Messen des Bäcker- und Konditorenhandwerks. Denn wer Informationen, praktische Tipps und Anregungen für Investitionen sucht, kommt an der Südback nicht vorbei. So gab es viele Gespräche zwischen Profis und Laien. Immer wieder wurde klar, die Digitalisierung ist auch bei den Bäckern und Konditoren angekommen. Doch die Besucher der Messe sind sich bewusst. Ohne Mensch geht es nicht, denn am Schluss entscheidet keine Maschine, was uns schmeckt oder nicht.